meine sehr verehrten meine sehr verehrten Damen und Herren herzlichen willkommen zu einer neuen heute video ich wünsche euch allen einen wunderschönen starten die woche ja ihr seht im hintergrund heute ein bisschen leckeres xdefined gameplay ich habe auf youtube welches gefunden ohne commentary weil ich habe selbst nur gameplay mit commentary auf meinem pc da das spiel noch nicht draußen ist ich kein neues gameplay aufnehmen kann und ich aber neues commentary aufnehmen möchte habe ich dieses gameplay wie kompliziert war diese erklärung wie unnötig ich würde dieses mal von vorne anfangen aber das mache ich nicht denn es ist gerade 4 34 am sonntagabend ich habe ja heute eine ausgiebige kauft die world war 2 session gehabt das revival wochenende beendet und das video lässt sich aber nicht so schnell schneiden deshalb seht ihr das morgen und heute zum start der woche reden wir noch mal über xdefined denn es gibt neue news und der onkel hat sich natürlich nicht lumpen lassen wie mich direkt dieses word dokument blendet ja und hat hier direkt mal ein word dokumenten gefertigt habe ein amerikanisches video gesehen und das vom guten fun to grüße gehen an der stelle raus ja auf twitter habe ich auch ein bisschen was bekommen also es gibt einiges zum reden ich habe schon gerne und öfter über das spiel geredet und es gibt neue news denn es ist alles nicht so einfach ihr erinnert euch ubisoft die das spiel ja herausbringen haben in einem earnings report in einem investor call darüber gesprochen dass das spiel im ersten quartal kommen soll das erste quartal endet am 31 märz wir haben es den 25 märz somit sind es nicht mehr viele tage es wurde außerdem von mark rubin der eigentlich so größtenteils zuständig ist für das spiel auch gesagt dass das spiel nicht über nacht job also es wird eine promo phase geben wo das halt noch mal angekündigt wird das heißt jetzt in den nächsten sechs tagen das ist zu kurz die zeit es wird nicht mehr rauskommen wir müssen uns damit abschließen ihr könnt alle eure pläne über ostern zu verweisen könnt ihr alle machen denn das spiel wird jetzt nicht sehr zeitnah rauskommen oder es sieht eher so aus als würde es noch ein wenig dauern um gottes willen es ist schon so lange her der sehr bekannte leaker tom henderson der schon in ganz 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 vielen fällen richtig lag hat ein bericht über xdefined veröffentlicht und in diesem gesagt dass das spiel eigentlich schon im februar kommen sollte dies aber ja nicht passiert ist wie wir alle wissen da die bosse bei ubisoft wollten dass das spiel noch mehr wie cod wird noch mehr eigenschaften von cod übernimmt ich erinnere daran dass auch damals zur beta mitentwickler geschrieben haben yo wie sieht es aus wollte eine nuke oder generell wurde darüber diskutiert eine nuke oder streaks oder generell prestiges themen gibt es sowas wie eine enttarnung also viele fragen das wurde dann anscheinend alles intern besprochen macht ja auch durchaus sinn und dieser prozess des einfügen und immer wieder neue ansätze zu haben hat wohl auch intern gewisse streitigkeiten hervorgebracht und auch viele probleme mit sich gebracht denn es werden neue dinge hinzugefügt und plötzlich funktioniert alles nicht mehr und es muss erst mal eine woche wieder daran gearbeitet werden das spiel auf den stand von vorher zu bringen laut tom henderson cod zu kopieren bereitet also einige probleme und auch die entwickler sollen dadurch frustriert sein immer wieder neue dinge umsetzen zu müssen nicht wirklich das eigene spiel bauen und basteln können nach ihren vorstellungen sondern immer diesen hintergedanken zu haben okay wir müssen ja wahrscheinlich schon sehr nah an dieses andere spiel rankommen denn das ist auch unsere haupt zielgruppe wie man auch ja merkt eigentlich haben bisher nur call of duty youtuber über dieses spiel gesprochen nur call of duty spieler haben dieses spiel gespielt der haupt selling point ist dass es ein sehr 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 schneller shooter ist kein taktischer shooter in arcade run and gun shooter ohne skill based matchmaking damit hat ja auch x defiant damals auf tik tok und auf twitter geworben dass dieses spiel kein skippes matchmaking hat das so ein selling point sein in einem kostenlosen spiel damit die das spiel spielen und das ist natürlich ganz klar für die call of duty szene gedacht denn call of duty hat sbm auch vor und halt auch viele viele weitere spiele bekommen mittlerweile sbm dennoch sind die entwickler frustriert es gibt aber eine gute nachricht das hat vom tun sein video gesagt wo ich dachte bruder daran habe ich noch gar nicht gedacht denn das spiel wird noch entwickelt das ist die gute nachricht leute wir können uns alle freuen es wird noch entwickelt und es soll definitiv noch kommen es wurde noch nicht über bord geworfen das ist doch toll es steht aber nicht so ganz fest wann das spiel rauskommt und es steht im raum dass es noch mal irgendwann einen neuen test geben soll also noch mal so eine beta phase und ich muss sagen darauf hätte ich so gar keinen bock das hat schon letztes mal nicht so viel spaß gemacht also die zweite oder dritte beta phase die es da gab das war schon so leute jetzt kommen jetzt muss das spiel langsam mal rauskommen noch mal beta noch mal die gleichen maps noch mal ohne leveln das gibt einem irgendwie nicht so viel und das jetzt so viel später wo das spiel schon mehrmals verschoben wurde noch mal in die beta phase noch mal wochenend testen ich glaube das würde den den leuten noch stinken und das kann ich auch verstehen aber wenn sie noch mal neue daten sammeln müssen gucken müssen ob dinge funktionieren da müssen sie es machen ich finde generell dass ubisoft und xdefine schon zu stark auch so in diesem negativen strudel ist dass die leute sauer sind ich verstehe den punkt ich bin auch enttäuscht so eine gewisse aber eigentlich steht nur im raum dass wir kostenlos irgendwann ein ziemlich geiles spiel wahrscheinlich bekommen und die entwickler alles daran geben das spiel auch vernünftig zu releasen und nicht mit tausenden fehlern was für uns ja was gutes ist es ist halt nur diese kommunikation ich glaube auch dass die leute also zumindest auch ich wünsche auch dem spiel alles gut ich drücke die daumen und es ärgert mich dass sie so diese diesen hype wissen verpassen auch die timeslots verpassen denn damals zu mw2 und warsum 2 war es eigentlich perfekt alles war tot rund um call of duty wenn das spiel da rauskommen wäre wäre perfekt gewesen dann kam die neue generation call of duty warsum 3 mw3 es war wieder vieles vieles mehr besser und generell ist es so ne die ersten ein zwei monate zum neuen COD auch wenn das COD scheiße ist sind natürlich call of duty fokussiert und da dann das spiel zu lesen macht keinen sinn es wäre jetzt aber perfekt gewesen ich sag ganz ehrlich februar wäre perfekt gewesen februar war alles mause tot war so mause tot multiplayer mause tot immer noch aber kalte jahreszeit nicht wirklich sommer sonne sonnenschein jetzt ist es ende märz april mai und zwei monaten ist sommer sind wir mal so ehrlich in zwei monaten ist sommer dann ist die europameisterschaft fußball ist dann thema viele leute sind draußen verreisen sommerferien das ist jetzt nicht so das releasefenster generell wo spiele rauskommen im sommer kommt kein geiles spiel raus die spiele kommen immer im winter raus doch im winter kommt ja dann wieder neues call of duty raus und diesmal soll es ja richtig krachen jedes jahr jedes jahr soll es richtig krachen aber dieses jahr ist track wieder dran und wir kennen alle die call of duty treyark fanboys ich bin jetzt nicht der größte aber ich drücke trotzdem die daumen es sollen vier jahre entwicklungszeit in diesem spiel drin sein treyark winter das kann schon geil werden und da kann ja extra fein auch nicht rauskommen deshalb müssten sie entweder jetzt vor mai also mai wäre schon eigentlich zu spät aber april werde jetzt der monat märz wird nicht mehr april müsste das spiel rauskommen damit ist noch vorm sommer einschlagen kann oder es müsste vor november so september oktober aller spätestens dann kommt auf duty dann ist es ja eigentlich schon over und dann wäre es halt wieder januar februar märz wo wir jetzt sind also in einem jahr noch mal ein jahr warten auf das spiel vielleicht interessiert sich noch keiner mehr dann dafür aber es kann auch schnell gehen schnell kann halb wieder kommen irgendwelche tick tocks gehen viral die leute sind heiß und alles ist perfekt dann wenn es rauskommt aber anscheinend das hat dann auch mark rubin gesagt er hat es nämlich dann zu dem ganzen geäußert stellung bezogen auch stellung bezogen zu dem league von tom henderson hat ihn auch persönlich angesprochen er meinte dass der post von tom henderson major eye rolling war also er hat das also nicht gefühlt und hat auch bestätigt dass die sachen die er dort gesagt hat nicht stimmen bezüglich cod kopieren und dass dieses cod kopieren für stress und für probleme gesorgt hat er spricht davon dass die probleme schon generell vorhanden waren und das jetzt aber gameplay technisch nicht so viel geändert hat also jetzt nicht so viel noch mehr in die richtung call of duty gegangen ist was aber er im ersten moment irgendwie traurig klingt weil das spiel ist jetzt irgendwie schon seit acht monaten hier am rum eiern und er schreibt ja gameplay technisch hat sich nicht wirklich viel getan das hat sich irgendwie erst mal wie ein bruch an für mich weil ich meine acht monaten hat sich getan aber anscheinend sind sie acht monate daran die probleme zu beheben die sehr schwerwiegend sein sollen er spricht darüber dass jetzt muss ich mal runterscrollen hier das party system ein problem ist und der netcode ist kaputt gegangen kaputt gegangen klingt irgendwie nicht gut was sagt ihr daran sind sie gerade sehr viel am arbeiten und ich glaube aber dass währenddessen aber auch noch halt neue features kommen sollten und dass das dann alles noch weiter ja verzögert hat das waren die informationen und dass es diese woche ein neues statement von xdefined geben soll es soll diese woche ein neues update geben ob da klargestellt wird okay leute es wird nicht mehr in den nächsten drei monaten oder in zwei wochen wird getestet und wenn alles gut läuft zwei wochen daraufhin releasen wir diese woche soll es informationen geben es wird zeit ich möchte auch nicht noch hundertmal darüber reden dass ich darüber rede dass irgendwann ein update kommt oder irgendwann das spiel kommt aber ich fand das war trotzdem interessant und ich wollte euch auch endlich mal wieder xdefined gameplay zeigen das war das gameplay im hintergrund und mein gesabbel ich hoffe ich jetzt gefallen ich wünsche euch einen wunderschönen starten die woche morgen seht ihr dann die wunderbare xxxl world war 2 revival session letzter tag sonntag da haben wir noch mal richtig viel spaß gehabt richtig geile geile session das seht ihr ich bin raus wünsche euch einen wunderschönen tag haut rein ciao